Ich habe heute hier bei den Berliner Seniorenmeisterschaften mitgespielt, im Doppelsee erfolgreich, da haben wir im Finale gewonnen. Ja, schön, heute wieder bei den Seniorenmeisterschaften hier zu sein. Es ist nett, alte, bekannte, alte Weggefährten wieder hier zu treffen. Seniorinnen und Senioren, dazu gehört man schon, wenn man 40 Jahre alt ist, also noch relativ frisch und jung und knackig, geht rauf bis zur 80er Klasse. Ich bin dieses Mal wieder dabei, weil ich habe einen Titel zu verteidigen im Doppel mit meiner Teamkollegin. Sport hält ihn einfach fit und ich kann nur allen jungen Leuten raten, aktiv und kämpferisch den Sport, den wir betreiben, gerne und lange zu machen.